Ich heiße Kathy H. Ich bin 28 Jahre alt. Heute verbringe ich einen Großteil meiner Zeit nicht damit nach vorn zu sehen, sondern zurückzublicken auf das, was uns wieder vorn ist. Mir, Tommy und Ruth. Schühe von Hanschen sind etwas Besonderes. Keiner von euch wird ein anderes Leben führen, als das, was für euch vorgesehen wurde. Eines Tages werdet ihr erwachsen sein, aber nur für kurze Zeit. Ihr müsst wissen, wer ihr seid und wofür ihr erschaffen wurdet. Nur dann könnt ihr ein anständiges Leben führen. Als die Wahrheit ans Licht kam, änderte sich alles zwischen uns. Für die restliche Schulzeit blieben Tommy und Ruth ein Paar. Ich hoffte inständig, sie würden sich irgendwann trennen. Aber das taten sie nicht. Ich weiß, du glaubst, dass du und Tommy besser zusammengepasst hättet. Es ist nur so. Tommy hat dich als Freundin wirklich sehr gern. Nur leider auch nicht mehr als das. Also, wenn ein Mädchen und ein Junge sich wirklich lieben und das auch beweisen können, dann dürfen sie noch ein paar Jahre zusammen sein. Ich hätte nie gedacht, dass sich unsere Leben, die so eng miteinander verwoben waren, so schnell trennen könnten. Vielleicht wird keiner von uns begreifen, was wir durchlebt haben. Oder glauben, dass wir genug Zeit hatten. Ätzja. Pfui zu mir. Pfui zu mir. Pfui. 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 fully.